Und ein herzliches Willkommen zurück wieder bei Pokémon Techniques auf dem Nintendo Switch All Tools mit Mewtwo und mir von der YouTube Space als Hobby. Und ja, mit dem nächsten Gegner. Das ist Geist2 aus Amerika mit seinem Lukaku, wieder aus Gruppe B5. Gucken wir mal, was wir machen können. Und ihr habt jetzt erstmal ein paar Sekunden Zeit, hier auf Daumen nach oben zu drücken und Abo. Ne? Subscribe. Und dann geht es gleich los mit dem ersten Kampf. Mit der ersten Runde, sagen wir es mal so. Ach komm. Was ist denn los hier? Ja, schon bin ich fast weg, ey. Ach komm, ich war grün. Ja, okay. Also eigentlich hätte ich ihn eben gerade noch greifen müssen, ne? Also, also. Gibt's denn? Ach komm. Okay. Das war ein schnelles Verlieren. So kämpft man auf jeden Fall nicht. Oh, ich überlebe. Ach komm. Ich drück das Richtige. Ich will blocken oder viel kontern. Aber alles irgendwie zu langsam. Ich weiß auch nicht. Unfassbar. Danke fürs Zuschalten. Schneller Kampf. Vielleicht machen wir noch zwei und dann gucken wir mal weiter. Danke fürs Zuschalten. Perkast gehabt, Aumen hoch und Abo. Egal, wenn ich hier momentan die ganze Zeit ablose. Ich hoffe, ihr habt einfach Spaß dabei, zuzugucken. Ich meine, ihr seht ja immerhin auch, wie die anderen Leuten kämpfe. Und das ist natürlich auch interessant. Auch für euch bestimmt. Danke fürs Zuschalten. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020